Nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag. Die hat jetzt in Richtung meine Turnschuhe geschnuppert, da ist roter Käse wieder eingefallen. Ja! Ich sehe den Papa Soli ja heute gar nicht was denn da los. Ja, den habe ich auch noch gesehen. Ja, vorne meinst du, aber das ist schon künftig. Ja! 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 Ja, auch beide. Ja, Renate, du musst ja mal das andere Spiel kommentieren. Ja! 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 Stop! 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 Die vier Damen doppelt im Halbgemeinen stehen, also somit fest, die Kielverkaltigerin Sabine Winter, Katrin Mühlbach, weiter Svenja Oost und Laura Matzke, außerdem Christian Silbereisen und Sengen Bartell, somit Eleme Ivankan und Ying Han, hier noch ganz kurz, weil wir nicht viel Zeit haben, die Bundesliga-Ergebnisse, Hannover gegen Bayern, 3 zu 1, Stuttgart gegen Schalke 1 zu 0, Gladbach gegen Hoffenheim 2 zu 0, Frankfurt-Lautern 0 zu 0, Nürnberg-St. Pauli 5 zu 0. Applaus Und jetzt kurz noch zu der Information, hier von Tisch 1 die Führung, Patrick Franziska, Philipp Flogitz, spielen hier für den Finale-Worte gegen Wilfried Schaloff und Patrick Baum. Und am Tisch 2 werden wir sehen, Nico Christ, Lennart Meti, die Björn Schlichter und Alexander Flemming. Tisch 3 sind das Spiel, Denise Eiding und Denise Müller gegen Thomas Rosig, Merik Botthoff und Tisch 4, Haru Lajan gegen Baskar Stegger. Lass ihn schon! Lass ihn schon! Lass ihn schon! Hm, rust ihn schon! Lass ihn schon! Lass ihn schon! Herr tiene eine große Aus�� bolts! Lass ihn schon! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Thank you.